rein spenden mäßig sind wir da ein bisschen aufgeschmissen und wir gehen jetzt wirklich raus in die vorstadt kaufen vielleicht den flug dann doch lieber man muss ja auch ein bisschen quests erfüllen wir können ja nicht immer nur sinnlos hier rumlaufen und los geht's ja und der ein oder andere fragt sich natürlich auch und jaginator mensch das noch so viele secrets und so viele versteckte möglichkeiten ich werde nicht alle möglichkeiten im spiel gibt abgrasen weil ich gar nicht alle kenne und weil ich spiele eigentlich immer so intuitiv gerne spiele so wie sie kommen und nicht so dieses kalte berechnende ich muss das spiel unbedingt auch perfekt durchspielen oder so nee da bin ich gar kein freund davon das mag ich nicht so und deswegen also seht mir jetzt nach wenn nicht alle secrets aufgedeckt werden oder wir nicht alle easter eggs finden oder nicht jede tolle waffe gleich haben ja so ist das halt einfach im leben gut jetzt gucken wir mal ist der flug da draußen noch zu haben 800 ich gebe dir ich nehme ihn gut er wird mir liefert ihn doch bitte bei den smiths ab kein problem ich möchte dass er sofort geliefert wird gut dann hätten wir das gemacht wir haben den flug bei den smiths abgeliefert mal sehen was die smiths dazu sagen hallo wo seid ihr wo waren die denn ist das wer ist denn das hier amenda ach so das ach das waren jetzt die mit dem ach ach da oben da oben ist der smith und joshua war da unten genau so herzlichen dank dass ihr hat der vater mir gegeben bevor gestorben ist jetzt wo die wachen uns beschützen brauchen wir es nicht aber du kannst damit vielleicht was anfangen dankeschön ich bin sicher das kam genau richtig pass auf dich auf baby was habe ich denn jetzt gekriegt was habe ich jetzt bekommen was 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 ist denn jetzt ach das hat die na gut ist ein bisschen munition aber mehr auch nicht wir können mal kessie die fragen was hat er denn noch so alles schönes dabei hat er wirklich nur ach er hat er seine seine komische doppelläufige abgesägte schrotflinte für linte ja gut ok soll auch reichen wer muss kässe die nicht haben und um jetzt geht's für uns für uns darum wirklich hier rauszukommen und auf dem weg in die nca zu sein und in der nca da kann man auch wieder ein bisschen einkaufen gehen und was wir unterwegs alles erleben das werdet ihr gleich mitkriegen wenn es denn heißt southward ho so und die nca ja broken hills haben wir da und da ist übrigens diese neue kalifornische republik und zu der werden wir uns jetzt mal ganz fixi faxi begeben und kommen hoffentlich dann auch irgendwie bei diesem radar ding vorbei so jetzt aber achtung eine gruppe sklavenhändler gut was machen wir ja kinder der weise wird der weise sein ich glaube schon wir nehmen einfach mal das jagdgewehr 0 von 60 von 10 ok so und dann machen wir dann diese munition rein und jetzt sind wir wieder überladen aus welchen gründen auch immer ist jetzt auch egal gut also das sind die leute mit den waffen die werden wir gleich mal abschießen wollen jawohl hoppa was er ok auf fünf treffer punkte nicht gut jawohl und kässe die nimmt alle gleichzeitig aufs korn hier und wir natürlich auch hinterher peng peng acht und neun und kässe die haut sie alle weg neuen treffer punkte nun gut kässe die jetzt wunderbar wenn du mich nicht abschießen würdest und wir hauen mal sicherheitshalber ab und paar kässe die du bist krass au und jetzt treffen sich alle gegenseitig wunderbar so hatten wir das geplant ja genau auch du bist weg und kässe die macht sich hier wirklich richtig gut hauptsache wie gesagt er trifft mich nicht dauernd das wäre echt cool er hat das doch ein kampfgewehr ja stimmt statt der abgesägten schrotflinte hat der kässe die ja jetzt ein kampfgewehr super und da haben wir das geschafft 9 ich will geld mitnehmen auch das kann man sich machen oder was nur acht ist wegen dieser blöden deshalb die sind wir jetzt überladen ein geschärfter speer neben können wir auch nicht mitnehmen wir könnten natürlich theoretisch die überzähligen sachen dem guten alten kässe die geben müssen wir demnächst auch machen also gut komm mal her kässe die jetzt machen wir das mal ganz einfach so und so und dann geben wir ihm erst mal das kampfgewehr wieder und was kann ich noch geben irgendwelche schweren sachen ja ich will nicht wenn er dann stirbt dann und dann verlieren wir vielleicht ein paar von den dingern aber hier diese tante kann er mitnehmen noch und die blume meinetwegen und drei wasserflaschen ja 23 ist das schon mal ersparnis handeln wir mal tschüss und talk das wäre es erstmal und jetzt gehen wir hier wieder zu dem neben unser tolles automatisches gewehr und mal sehen was er hier so hat er hat auch so ein tolles automatisches gewehr und molly den nehmen auch mit 26 patronen noch wunderbar er konnte natürlich nicht im burst modus jetzt auf mich schießen so dann kommt control hoffentlich ihm sagen wir es ist noch besser die hk course gut dann soll es so sein dann ist kässe die jetzt erstmal hier unser mann fürs grobe unser mann mit der schrotflinte ha ha kilometerbreite wirbelstürme naja und nun irgendwas mit radioaktiver mülleimer das interessiert uns jetzt nicht kässe die scheint wahrscheinlich so ein bisschen ab und zu mal im delirium zu stecken naja gut er hat auch nicht mehr der jüngste und eigentlich müsste es jetzt der logik folgend so sein dass wir dann vielleicht irgendwann auch mal auf diese piratenhöhle treffen eine gangsterbande jetzt müssen wir wirklich etwas robuster vorgehen also erstmal gehen wir einen schritt zurück dann kässe die wird ja wahrscheinlich gleich ach so ja leute was ich euch mal zeigen wollte wir können es ja mal ausprobieren und dann so und wir können mal unsere ganze munition hier verbraten mit dieser fiesen bowser aber erstmal ganz normal im single mode rotzen wir hier mal im single mode rotzen wir mal hier den ersten typ ein bisschen weg und jetzt soll ich alles nehmen mache ich wahrscheinlich auch und tot tja liebe leute ich bin jetzt ein kleines bisschen sprachlos ich habe mich vergessen einfach zu speichern zwischendurch jetzt bin ich tot jetzt bin ich da reingelaufen und ist natürlich doof aber wir beenden jetzt erstmal die session und ich verspreche euch wir werden bald zurückkommen und zwar genau dort anschließen denn man kann es ja einfach alles normal durchspielen das mache ich dann für euch und dann haben wir ungefähr dieselbe ausrüstung und denselben quatsch und befinden uns an derselben stelle natürlich mit cassidy zusammen und machen das alles und ja tut mir leid dass das jetzt so abrupt geendet ist so kann es auch mal gehen hier bei fallout 2 einmal nicht gespeichert da war ich echt blöd dass ich jetzt zwischendurch nicht gespeichert habe ich sollte mir das mal zur angewohnheit machen ja also es hat mir trotzdem sehr viel spaß gemacht das ist peinlich 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 aber es hat mir sehr viel spaß gemacht und ich werde mich gleich daran setzen jetzt und das noch mal nachspielen haha mit allem drum und dran was wir so hatten und was wir so nicht hatten und das machen wir schon also leute keine angst und keine panik es geht weiter mit fallout 2 an der selben stelle als ob wir gespeichert hatten für euch beim nächsten mal tschüss sagt der jakinator so und ups ein kleiner sprung ich drehe mal die lautstärke ein bisschen leiser damit ich ein bisschen was erklären kann ja jetzt bin ich hier wieder am eingang von wall city und tja woran wird das wohl liegen ich wurde überfallen auf dem weg von wall city nach in die neue kalifornische republik gerade als ich diese session hier so ein bisschen in erfolgreiche bahn lenken wollte und wurde brutal abgemetzelt zusammen mit cassidy tja dummerweise habe ich dann gemerkt ich habe gar keinen speicherstand gemacht und dementsprechend ging es da nicht anders ich habe nicht oft genug gespeichert das ist ja immer tödlich und deswegen musste ich das was wir in der letzten session gemacht haben noch alles noch mal schnell durchspielen und jetzt stehe ich hier wieder an dem punkt dass ich gerade in wall city stehe und die nca reisen will sonst ist alles wie vorher na gut ein paar sachen sind anders also wir haben diesen flug noch nicht gekauft weil uns das geld ein bisschen fehlt dafür haben wir uns dann vorhin lieber einen red away gegönnt das haben wir uns dann doch irgendwie mal reingepfiffen wir sind immer noch verstrahlt aber der verstrahlungsgrad hat hat schon abgenommen also es muss ganz schön schlimm gewesen sein mit der verstrahlung hier ja falls es euch noch auffällt ja leute tut mir leid alle cassidy fans müssen jetzt mal ganz tapfer sein ich habe cassidy wieder entsorgt mehr oder weniger unfreiwillig allerdings hat das auch ein paar gute gründe dass ich ihn jetzt nicht noch mal mitgenommen habe also ja also wir sind hier unterwegs auch mal auf ein paar gegner gestoßen als wir nämlich geko noch mal umrundet haben da waren auf einmal so 15 ghouls oder so und die uns ans leder wollten und das hat Cassidy leider nicht überstanden und dabei ist mir trotzdem auch was aufgefallen was mich an ihm echt genervt hat nämlich hat mich wirklich abgeknallt letztes mal ja ja da war die jetzt nicht dabei aber er hat mich wirklich abgeknallt mit seinem kampfgewehr habe ich nur volle salve abbekommen um ein haar wäre ich schon wieder tot gewesen und da habe ich mir dann gedacht ach nee cassidy auf dich können wir auch echt pfeifen und schwuppsdiwupps war es dann soweit in der nächsten spielrunde hat er dann eine volle salve aus der ak abbekommen allerdings nicht von mir sondern von so einem bösen ghoul und er wurde in tausend stückchen zerfetzt tja cassidy unsere mitstreiter haben hier eine sehr kurze halbwert zeit deswegen wir sind allein unterwegs und jetzt haben wir auch schön gespeichert noch mal und jetzt wagen wir uns ins abenteuer hinein wir gucken mal was wir alles noch dabei haben ich glaube das jagdgewehr ist jetzt mal nicht schlecht zum ausprobieren ja bei der bosa ist mir übrigens aufgefallen da braucht man ja eine gewisse mindeststärke dafür nämlich sechs und diese mindeststärke haben wir noch nicht wir haben wir nicht stärke vier und das reicht noch nicht ganz aus um die bosa hier ohne probleme zu bedienen schade ok und wir wollten wie gesagt in die neue kalifornische republik und da krepeln wir jetzt mal lang ach meine güte ja ja so war das noch im jahr 1999 wo man noch mühsam über die weltkarte kriechen musste anstatt hier irgendwie frei begehbare umgebung und schon wieder das ist eine karawane und wir müssen mal ganz schnell unsere waffen hier weg legen damit die uns nicht angreifen okay ein reisender mit namen ja boss wo ist der boss wo ist der boss und diesen karawane sind diese diese karawanen die möchte ich lieber nicht anpiksen die sind mich ganz schön kampfkräftig er hat ganz gute sachen über mich gehört aha und er wird mir handeln toll 623 dollar haben wir und was hat er denn da ein schraubenzieher genau das brauchen wir auch und ein so ding können wir auch mitnehmen und wir kriegen guten preis ja da schlagen wir mal zu wir brauchen nicht mal wieder ein paar stimpacks die fehler ach ich kann das ja hier eingeben die fehlen uns nämlich die stimpacks haben wir nur noch 32 davon ok aber das heißt wir können uns jetzt dann in world city wenn wir wieder in world city sind das andere werkzeug noch kaufen und dann haben wir das und dann können wir diesen typen da in der reparaturwerkstatt erfreuen und das macht mich dann wieder glücklich und meine erfahrungspunkte konto auch ein bisschen ja voller so jetzt dürfen wir wieder anlegen hier eins und zwei und vielleicht laden war auch gleich mal wenn wir dann in die nächste unliebsame situation kommen sind wir dann gleich vorbereitet ok und jetzt dürfen uns den boss wieder nicht mit waffen nähern wir gucken wir uns kurz wie lange wir noch bis zum nächsten level aufstieg brauchen ja ok noch 5300 punkte ist noch ein bisschen hin aber es wird alles so jetzt ist wieder zeit um ein bisschen zu speichern das merke ich mir jetzt ganz doll lp schnell soll es sein dass unser schnell speicher slot das war es schon gespeichert und wir sind immer noch abhängig nach diesem jet ich würde jetzt gerne ich würde mir jetzt gerne hier so drei vier fünf fläschchen richtig geiles jet mal reinhauen das wäre jetzt so schön nein stattdessen treffen wir schon wieder auf eine karawane und keiner nähert sich dem boss mit waffen ist klar wir können mal gucken was dann dieser höhle drin ist ein karawanenmeister das sind unsere waren so was habt ihr dann waren ach schon wieder dasselbe gut das ist jetzt nicht so schlimm das brauchen wir alles nicht